Die Unbezähmbaren. Ein Film von ungeheurer Dramatik. Du bist gefährlich, Katja. Gefährlich, aber wunderschön. Dieser Film erzählt die Lebensgeschichte einer außergewöhnlichen Frau. Halb Engel, halb Teufel. Wir verfolgen ihren abenteuerlichen Weg von Irland bis in das dunkelste Afrika. Von Kapstadt bis in das Zulu-Gebiet. Ihre Liebe setzt sich über alle Schranken von Recht und Gesetz hinweg und droht ihr zum Verhängnis zu werden. Als ich dann vor dir stand, wusste ich, dass ich nur dich liebe und niemand anderen. Wenn du mich dafür verdammen willst, dann tue es nur. Ich liebe dich und daran wird sich nie etwas ändern. Lass mich los, Kurt! Nein, Katie. Ich habe für dich geschuftet. Ich habe mein Versprechen gehalten. Jetzt will ich meinen Lohn. Nein! Du gewinnst immer nicht, war Paul? Aber diesmal hast du das Spiel verloren. Cinemas Coop führt sie in ein Land voller Geheimnisse und vermittelt ihnen Eindrücke, die unvergesslich bleiben. Den gewaltigen Dreck der ersten Siedler. Den Kampf der Rivalen auf Leben und Tod. Den Überfall der Zulus. Den Kampf der Rivalen auf Leben und Tod.